Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Ich darf mich gleich zu Anfang entschuldigen, dass ihr letzte Woche möglicherweise vergeblich auf mich gewartet habt. Ich war körperlich so ein bisschen außer Gefecht am letzten Wochenende und deswegen musste der Podcast dann leider entfallen. Aber diese Woche geht es mir wieder gut und ich bin wieder am Start. Und worüber wollen wir sprechen? Wir sprechen darüber, dass einige von euch vielleicht schon Windows 12 testen, ohne es zu wissen. Wir sprechen über ein mutmaßlich sehr spannendes Event von Microsoft in der kommenden Woche. Und dann gibt es Neues aus der Rubrik Lachen mit Sony, besser bekannt auch unter dem Stichwort Activision Übernahme durch Microsoft. Es gab in dieser Woche Neuigkeiten im Windows Insider Programm. Regelmäßige Leser und ich glaube, ich habe es hier auch in dem Podcast schon erwähnt. Also wer mir folgt, der wird wissen, dass meine Meinung vom Windows Insider Programm nicht die allerbeste ist. Um nicht zu sagen, ich halte es inzwischen für völlig kaputt und überflüssig, aber darüber wollen wir uns heute zumindest nicht so sehr auslassen. Ein bisschen meckern muss ich aber trotzdem. Was ist passiert? Man hat einen neuen Kanal eingeführt im Windows Insider Programm. Der nennt sich Canary. Das klingt zunächst schon mal ganz gut, weil wir haben nämlich auch in Microsoft Edge auch gleichnamige Vorschauprogramme und so. Und wenn die Sachen gleich heißen und einigermaßen das gleiche bedeuten, dann ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Allerdings geht es da schon los. Ist vielleicht sogar ein ganz guter Vergleich. Wenn ihr die Vorschauversionen beispielsweise von Microsoft Edge benutzt, dann habt ihr da zur Auswahl Canary, Developer, Beta und die stabile Version. Und genau das gleiche gibt es eigentlich jetzt auch im Windows Insider Programm, nur da gibt es noch den Release Preview Kanal. Der Unterschied ist, ihr könnt in den Vorschaukanälen von Microsoft Edge immer die jeweilige Version testen und könnt die sozusagen durch die einzelnen Kanäle begleiten, bis sie dann final wird. Das ist ja im Windows Insider Programm schon seit langer Zeit nicht mehr möglich. Offiziell ist keine, außer dem Release Preview Kanal, kein Kanal einer Windows Version zugeordnet. So der offizielle Sprachgebrauch ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich stecken dahinter immer exakte Zielversionen, nur eben mit dem Unterschied, dass man nicht so einfach zwischen den Kanälen wechseln kann und dass man aus dem Insider Programm auch nicht mehr herauskommt, ohne das System neu aufzusetzen. Außer man hat jetzt, jetzt kürzlich hat Microsoft eine Möglichkeit geboten, aus dem Beta-Kanal auszusteigen, wieder auf die stabile Version zu wechseln. Aber grundsätzlich ist das Insider Programm eine Einbahnstraße. Also das heißt, der Kanal, in dem man unterwegs ist, in dem ist man gefangen, so lange, bis man das System neu aufsetzt. Und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Leute aus dem Insider Programm wieder ausgestiegen sind, weil man eben diese Entscheidung einmal trifft und sie dann für immer gilt. Und früher, wie gesagt, war das so, da konnte man, da hießen die Ringe noch anders, da hießen sie noch Ringe und hießen anders. Da gab es den Fast Ring, da kam eine neue Windows-Version zuerst rein. Dann gab es den Slow Ring, da ist dann die Version reingekommen, wenn sie etwas stabiler war. Und dann gab es den Release Preview Ring und schließlich dann den stabilen Kanal. Und man konnte quasi einer Version durch diese verschiedenen Kanäle folgen und konnte dann sagen, wenn man nicht mehr testen wollte, sagen, bei der bleibe ich jetzt. Wie gesagt, alles schon lange Geschichte. Und das war schon so mit den bisherigen drei Kanälen. Jetzt packt man noch einen vierten oben drauf. Den, wie gesagt, den Canary-Kanal. Alle, die im Developer-Kanal waren, wurden ungefragt in den Canary-Kanal umgezogen. Das ist zunächst mal auch einigermaßen unschön, dass man den Leuten da nicht die Wahl lässt, sondern die einfach zwangsweise umzieht. Das hat zwei Gründe. Einmal, im Windows-Insider-Programm ist nicht mehr viel los und die wenigen verbliebenen Leute, die muss man einfach zwingen. Sonst kriegt man nicht die Testdaten, die man gerne hätte. Und zum anderen ist es aber auch so, dass der neue Canary-Kanal dem bisherigen Developer-Kanal entspricht. Insofern ändert sich da grundsätzlich gar nichts. Der Developer-Kanal ist neu, ist auch jetzt, wie gesagt, offiziell keiner Windows-Version zugeordnet. In den kommt man nur rein, wenn man quasi neu das Insider-Programm betritt. Oder man kann vom Beta-Kanal in den Developer-Kanal wechseln. Was da genau getestet wird, weiß man nicht so genau. Die Definitionen von Developer und Canary sind ziemlich genau gleich in beiden Kanälen. Sagt nämlich Microsoft, wir testen unabhängig von einer spezifischen Windows-Version. Wir testen neue Funktionen, die auch möglicherweise niemals in die stabile Version einziehen werden. Wir experimentieren da einfach so ein bisschen rum. Und was auch neu ist und was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass Microsoft die Kommunikation auch zurückfährt und sagt, wir werden gar nicht mehr zu jedem neuen Bild im Canary-Kanal auch einen Blog-Post verfassen, sondern nur, wenn wir das für notwendig halten. Es wird auf Twitter jede neue Bild angekündigt, aber einen Blog-Post wird es eben, wie gesagt, nicht mehr geben. Das sind halt alles die Dinge, die mich so sehr nerven am Insider-Programm. Das hat nichts mehr mit Insider zu tun. Es gibt kaum noch Informationen. Die Blog-Posts sind ja auch oft unvollständig und falsch. Also man hat hier nicht mehr das Gefühl, an irgendetwas beteiligt zu sein, sondern man ist halt einfach das dumme Testvieh und genauso behandelt Microsoft die Insider auch, wie man es jetzt auch diese Woche wieder gesehen hat. Und ja, ist für mich nachvollziehbar, dass sich das nicht mehr allzu viele Leute antun wollen. Schade, war alles mal anders und hat auch richtig Spaß gemacht. Als es, wie gesagt, auch noch Kommunikation gab und dann gab es auch technische Hintergründe zu den einzelnen Bilds und es wurde auch erklärt, warum man jetzt hier womit experimentiert. Und da hat man sich ein bisschen zugehörig gefühlt. Man hatte auch irgendwie so das Gefühl, so ein bisschen dabei zu sein und das beeinflussen zu können, was de facto nie der Fall war. Aber jetzt ist es inzwischen so ein bisschen offensichtlicher noch, dass Microsoft sich für das Feedback sowieso nicht interessiert, was von den Usern kommt. Insofern, wie gesagt, alles für die Katz. Was allerdings spannend ist an der Geschichte, diejenigen, die von euch, die im Developer-Kanal waren, beziehungsweise jetzt im Canary-Kanal sind, die testen Windows 12. Das hat Microsoft zwar noch nicht so exakt offiziell gesagt, indirekt aber schon, weil sie nämlich gesagt haben, in dem Canary-Kanal werden wir neue APIs testen und neue Kernel-Versionen und so weiter. Und das sind typischerweise Unterschiede von einer Windows-Hauptversion zur nächsten. Soll heißen, der Windows-12-Kanal ist wahrscheinlich schon in den Canary-Builds drin und da wird sich in den kommenden Monaten noch ein bisschen mehr tun, bis irgendwann Microsoft dann auch ganz offiziell sagen wird, dass das Windows 12 ist, was wir da testen. Oder vielleicht nennen sie es ja auch Windows AI oder so irgendwie. Irgendeinen ganz fürchterlichen Marketing-Namen glaube ich jetzt aber eher nicht. Ich war ja ein großer Freund davon eigentlich, ich habe ja vor ein paar Jahren sogar schon mal vorgeschlagen, den Namen Windows zu beerdigen und sich einen ganz neuen Namen für das System auszudenken. Microsoft ist da ganz konservativ unterwegs und von daher denke ich mal doch, es wird eher so ein Windows 12. Aber es wird zumindest vom Marketing her ganz brutal in Richtung AI getrieben werden. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema Nummer 2. Es gibt nämlich in der nächsten Woche einen Event, ein Event bei Microsoft am 16. März um 17 Uhr deutscher Zeit geht's los. Ist ein Pseudo-Livestream, das heißt die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und da läuft dann auch ein Video, aber dieses Video ist natürlich vorab schon produziert und wird dann sozusagen wie ein Video on Demand zur vereinbarten Zeit abgespielt. Wenn ihr da zuschauen wollt, das findet ihr unter news.microsoft.com, da findet ihr einen Hinweis auf die Veranstaltung und einen entsprechenden Link, wo ihr dann euch das anschauen könnt. Worum geht's da? Um nicht weniger laut Microsoft als die Neuerfindung der Produktivität auf Basis von KI. Das wird aller Voraussicht nach die Integration von ChatGPT in Office sein, wie auch immer die dann aussehen wird. Da bin ich selber ganz gespannt. Und das ist vor allem auch deswegen interessant, weil in der kommenden Woche ChatGPT 4 vorgestellt wird. Das neue Bing basiert ja ebenfalls auf ChatGPT. Da gibt es eine Version 3.5, das hat aber Microsoft nie so richtig rausgelassen. Sie haben immer gesagt, über Versionen von ChatGPT zu sprechen, das überlassen wir OpenAI, ist ja schließlich deren Produkt. Und möglicherweise wird also ChatGPT 4 schon die Basis sein für die Integration dann in Office, wie schnell das dann auch funktionieren wird. Also wie schnell das dann auch getestet werden kann, das muss man abwarten. Vermutlich wird es dann Insider-Versionen geben, gibt es ja von Office auch, wo man dann diese Integration ausprobieren kann. Ich habe so ein bisschen spaßhalber schon gesagt, wir sehen dann Karl Klammer auf Steroiden. Ja, im Grunde ist es ja genau das. Also das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist der Karl Klammer, 20 Jahre oder so. Und das waren ja auch genau schon die Versuche, mit einer Art künstlichen Intelligenz zu erkennen, was der Nutzer gerade macht und ihn dabei zu unterstützen. Und sowas in ähnlicher Form erwarte ich jetzt auch wieder. Und was ich auch erwarte ist, dass ich in der Tat mit Sprachbefehlen dann auch Office bedienen kann. Zum Beispiel gerade so im kreativen Bereich, reden wir über PowerPoint, vielleicht sage ich einfach zukünftig, male mir ein Balkendiagramm und ich diktiere einfach die Sachen ein. Wobei das ja eigentlich jetzt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, das ist ja eigentlich eher eine simple Sprachbedienung. Aber ja, es gibt ja auch Bildgeneratoren wie eben das DALL-E. Ich war diese Woche bei einer Online-Veranstaltung von Microsoft, da wurde davon gesprochen, dass man zukünftig auch Videos sogar per Sprachbefehl erstellen kann. Ganz spannende Geschichte. Und ja, vielleicht geht es da auch um die Kreativ-Tools dann in Office, wo man dann eben mit natürlichen Sprachbefehlen dann kreative Inhalte generieren kann. Und in Word wird es dann wahrscheinlich verschiedene Formulierungshilfen geben und so. Ich bin durchaus sehr gespannt. Ich erwarte natürlich, dass Microsoft völlig überdreht, also so tut, als wäre hier alles komplett neu erfunden, was in den seltensten Fällen der Fall ist. Und das ist ja so generell bei dem Thema KI, da wird ja momentan wirklich die Sau mit der Peitsche durchs Dorf gejagt. Das ist super spannend und ich lese auch alles und schaue mir alles an, was es zu dem Thema gibt. Aber man muss das auch immer so ein bisschen mit dem nötigen Abstand betrachten und muss wissen, wir sind hier gerade in einer Hype-Phase. Ja, hier wird gerade so getan, als ob alle Räder dieser Welt neu erfunden werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Und wie immer wird es auf diesen Hype, wird eine Phase der Ernüchterung folgen, wo man dann feststellen wird, naja, es ist doch nicht alles für alles das gedacht, wofür wir dachten. Und dann kommt die Konsolidierungsphase und dann sehen wir, wo der tatsächliche Nutzen von dieser neuen Technologie ist. Ich glaube schon, dass KI sehr, sehr viel verändern wird in den kommenden Jahren. Aber ja, mal die Kirche im Dorf lassen und auch ganz nüchtern die ganze Sache betrachten und sich nicht verrückt machen lassen. Und einfach mit Spannung und Neugier das Ganze verfolgen. Und deswegen werde ich, wie gesagt, am kommenden Donnerstag, da am 16. März um 17 Uhr bestimmt einschalten und schauen, was sich Microsoft da Neues ausgedacht hat. Damit kommen wir zum dritten Punkt für heute. Mal wieder und wie immer geht es hier um die Übernahme von Activision durch Microsoft. Da hat sich, wir haben ja, wie gesagt, letzte Woche hatten wir keinen Podcast. Da hat sich in den letzten zwei Wochen einiges getan. Nämlich einmal ist Ende der vergangenen Woche durchgesichert, dass die EU wohl diesem Deal zustimmen wird. Und unter welchen Auflagen genau, das weiß man noch nicht. Es ist ja auch alles noch nicht offiziell. Aber die Spatzen pfeifen es in Brüssel wohl schon von den Dächern, dass die EU-Kommission hier grünes Licht geben wird. Unter bestimmten Voraussetzungen. Dann hat Sony eine ziemlich heftige Schlappe einstecken müssen. Bei der amerikanischen Kartellbehörde, der FTC. in den USA, habe ich schon gesagt. Und zwar wollten die ja eigentlich einen Schriftsatz von Microsoft niederschmettern, in dem Microsoft verschiedene Informationen von Sony gefordert hat und von denen mal die Karten auf dem Tisch liegen haben wollte. So nach dem Motto, zeigt mal, was ihr denn so macht mit euren Exklusiv-Deals und so. Und wofür ihr ihr Geld ausgebt, um Content von anderen Plattformen fernzuhalten. Und das wollte Sony nicht so gerne tun. Und hat bei der FTC beantragt, diesen Antrag von Microsoft eben zurückzuweisen. Und sind damit ziemlich krachend gescheitert. Und werden jetzt wohl ein paar interessante Dokumente vorlegen müssen, die dann die Microsoft-Anwälte sich zur Brust nehmen. Und dann wird das auch sicherlich nicht lange dauern, bis wir spannende Sachen hören werden, die Sony wahrscheinlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit sehen möchte. Es gab ja unter anderem sogar das Gerücht, dass Microsoft Publisher gezielt dafür bezahlt, dass sie Spiele nicht in den Xbox Game Pass bringen. Und das wäre natürlich super Munition für Microsoft hier in dem Verfahren, um zu zeigen, hey, guck mal, wir sind nicht die Bösen. Ja, die treiben hier ihr krummes Spiel. Dann hat es diese Woche auch noch was fast schon Lustiges gegeben. Nämlich gegenüber der britischen Behörde, der CMA, hat Sony ein neues Dokument vorgelegt mit verschiedenen Behauptungen. Und unter anderem haben sie darin die Befürchtung geäußert, Microsoft könnte gezielt eine verpackte Version von Call of Duty für die PlayStation ausliefern, um so den Spielern die Lust zu nehmen und sie dann möglicherweise zu dem Plattformwechsel zu bewegen. Das ist sowas von bescheuert. Also, selbst wenn Microsoft wirklich sowas vorhätte, was völliger Bullshit ist, wir müssen ja alle nochmal überlegen. Also, alle, die schon ein paar Jahre vielleicht Computerspiele spielen, werden sicherlich schon mal ein Spiel gekauft haben, das sein Geld nicht wert war, weil es einen Haufen Fehler hatte, weil es einfach schlecht war und so. Und ich kenne niemanden, der wegen einem schlechten PC-Spiel gesagt hat, jetzt kaufe ich mir eine PlayStation, oder der wegen einem schlechten PlayStation-Spiel gesagt hat, jetzt kaufe ich mir eine Xbox oder umgekehrt. Nein, ein schlechtes Spiel ist ein schlechtes Spiel. Und das fällt dann immer auf denjenigen zurück, von dem das Spiel kommt. Das heißt, selbst wenn Microsoft absichtlich eine total fehlerhafte Version von Call of Duty für die PlayStation bringen würde, dann würde das Spiel dafür zerrissen. Aber eben niemand käme auf die Idee zu sagen, jetzt mag ich meine PlayStation nicht mehr. Also, ein völlig hirnrissiges Argument. Und man könnte sich darüber kaputt lachen, wenn da nicht die grundsätzliche Gavabe stünde, dass ihnen das irgendjemand glaubt und dass das reicht, um irgendwelche Kartellwächter so zu verunsichern, dass sie sagen, ich glaube, dann erlauben wir das lieber doch nicht. Wobei es, wie gesagt, es sieht bei der FTC und vor der EU-Kommission tendenziell momentan eigentlich eher danach aus, als dass die Sache durchgeht. Und ob die CMA dann die britische hier grünes Licht gibt oder nicht, da muss man abwarten. Und vor allen Dingen muss man dann auch abwarten, wie Microsoft dann damit umgehen würde. Also mal angenommen, es gäbe von allen Behörden dieser Welt grünes Licht und nur die CMA würde sagen, nein, wir blocken das Ding, dann glaube ich eher, dass Microsoft sagen wird, ja gut, dann ist das halt so. Und dann ziehen die ihr Ding trotzdem weiter durch und schauen dann einfach mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung, wie da die juristischen Verstrickungen sind, aber so nur mal angenommen, die britische Kartellbehörde verbietet das und Microsoft sagt, ist uns gerade egal, wir übernehmen Activision trotzdem. Was hätte das für Konsequenzen? Die müssten ja dann da vom Markt genommen werden. Dann dürfte ja Microsoft Call of Duty nicht mehr für die Playstation verkaufen in Großbritannien oder irre ich mich da. Also wäre doch lustig, wenn dann am Ende Sony eine Ausnahmegenehmigung für Microsoft in Großbritannien beantragt, damit sie Call of Duty wieder auf die Playstation kriegen. Ich rede genau den gleichen Blödsinn wie die Anwälte auf beiden Seiten übrigens. Das ist auch völlig üblich in solchen Verfahren. Da werden Schriftsätze eingereicht und da wird immer dick aufgetragen und man selbst ist immer der Engel und die anderen sind die Bösen. Das ist gängiges Prozedere. Aber wie gesagt, das, was Sony da in dieser Woche vorgelegt hat, ist schon ziemlich blödsinnig gewesen. Was die wahren Motive sind, hat der Jim Ryan, der Playstation-Chef, sogar am Rande der EU-Anhörung am 21. Februar zu einer Managerin von Activision gesagt. Der hat da wortwörtlich zu der gesagt, wir haben überhaupt gar kein Interesse, wir wollen gar nicht verhandeln oder irgendwelche Vereinbarungen mit Microsoft. treffen, wir wollen das einfach nur blockieren. Wir wollen einfach nur, dass das nicht passiert. Und das ist natürlich keine allzu gute Verhandlungsposition und der Brad Smith von Microsoft hat ja unlängst auch so süffisant gesagt, ich habe hier den unterschriebenen Vertrag, den unterschriftsreifen Vertrag, für Sony habe ich hier in der Jackentasche, habe ich immer bei mir, die müssen mich nur anrufen und dann unterschreibe ich das Ding und schickt es denen zu. Und es gibt ja auch die Deals eben mit Nintendo jetzt und Nvidia, die im Februar bekannt gegeben wurden. Also es dürfte schon ziemlich schwer sein, für Sony da jetzt noch valide Argumente aufzufahren, warum sie mit einer solchen Vereinbarung, wie sie die anderen unterschrieben haben, zehn Jahre Garantie, Gleichheit auf allen Plattformen, warum sie damit nicht leben können. Es gibt keine Gründe und deswegen wollen sie sich auf diese Diskussion ja auch gar nicht erst einlassen. Von da ist es nur konsequent, wenn sie sagen, wir wollen gar nicht reden, wir wollen nur blockieren. Okay, es sind fast genau 20 Minuten um und ich bin mit meinen Themen durch und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder heute und es war ein bisschen interessant für euch. und ich wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund. Ich hätte beinahe gesagt, genießt das Wetter, aber so tolle ist es zumindest hier im Süden gerade nicht. Es regnet und stürmt ganz fürchterlich jetzt auch gerade, während ich hier die Sendung aufnehme. Ich hoffe, das Geklappern meines Rollladens ist im Hintergrund nicht allzu heftig zu hören gewesen. Ja, macht's gut, passt auf euch auf und wir hören und sehen uns dann in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye. Bis dahin, macht's gut, bye bye. Bis dahin, macht's gut,imy bis dahin, macht's gut,